Liebe Zuschauer, lieber Oliver, wir sind wieder auf dem Bauer des 2.13 in Salzburg. Und wir sind gerne in Salzburg, wir kommen immer gerne nach Salzburg. Und ich habe dir wieder etwas mitgebracht, lieber Oliver. Nein! Ja, diesmal nicht die BKGH-Dose. Den Hammer brauchen wir jetzt nicht. Keinen Hammer! Wir haben dir etwas Besonderes mitgebracht. Keinen Hammer! Keinen Hammer! Heute habe ich etwas Besonderes mit. Nämlich die Kati Blitz Kompakt 30 Meter Plus! 30 Meter Plus! Nein! Geri, du bist ein Wahnsinn! 30 Meter meine Damen und Herren! 30 Meter! Und fast 29! Nicht 29! Auch nicht 31! Nein! Und keine 28! 30 Meter Plus! Hier kann ich sie dir zeigen. Und jetzt kommt das Beste. Wie wird diese Kati Blitz Kompakt 30 Meter bedient? Mit dem sogenannten Oliver. Du wirst staunen! Nein! Mit dem Easy Grip! Easy Grip! Easy Grip! Was hat uns der Geri da wieder mitgebracht? Einen Easy Grip! Was ist das? Ja! Aber ich habe dir nicht nur den Easy Grip mitgebracht. Nein! Sondern eine Überraschung für dich! Heute nur für dich, Oliver! Nein! Ja! Ja Geri, das ist immer dasselbe wie den! Ein Wahnsinn! Ich habe dir den Easy Grip Guru mitgebracht! Easy Grip Guru! Wer ist das? Nein! Wer ist das? Hallo! Ich bin der Hans! Ich bin der Thomas aus Tirol! Der Thomas aus Tirol! Der Easy Grip! Ja Geri, holt sich auch noch einen Tiroler! Jawoll! Mit einer Pelzhaube! Wir haben einen Traum! Der liebe Thomas wird uns jetzt den Easy Grip vorstellen! Thomas! Zeig uns das! Okay! Bitte! Hier der Easy Grip! Ganz einfach zum Handhaben! Easy Grip! Einmal zurückziehen! Hier sieht man... Wahnsinn! 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 Und hier kann man ihn rein! Moment Thomas! Die Damen und Herren haben so das Sehen! Das schöne Form, schöne Design! Passt sich schön der Hand an! Genau! Ein roter Pfeil in die Ziehrichtung und eine rote Beschlichtung! Das gefällt auch der Dame! Passt super zu der Haarfarbe hier! Und im schwarz! Technischen Schwarz! Das Ding ist ein Wahnsinn! Danke vielmals! Ich habe gerade... Wir haben noch 100 Stück! Nur mehr 100 Stück meine Damen und Herren! Nur mehr 100 Stück! Bestellen Sie jetzt! Okay Mann! Ja, das funktioniert gut! Das hat der Grünfelder Thomas und die Rollen Grip! Hier hat man jetzt die Möglichkeit ganz einfach mit Hilfe des Easy Grip zu ziehen! Nein! Nein! Thomas! Meine Damen und Herren! Bitte bestellen Sie! Nur mehr 98er Flager! 98 Stück! Aber das ist doch kein Ziehen! Das ist doch mehr Gleiten als Ziehen! Ja, das kann man Gleiten nennen! Es schaut so aus, als gleitet man! Aber es ist wirklich strenge Ziehen! Ich sage das andere zu hören! Nicht einziehen! Nicht ziehen! Gleiten ist die Devise! Das Ding gleitet in das Rohr! Gleiten! Thomas! Du bist ein Wahnsinn! Danke! Lieber Thomas! Was kann der Easy Grip noch? Der Easy Grip kann doch noch mehr! Da geht doch noch was! Auf alle Fälle! Das war noch nicht alles! Und jetzt! Man spannt ihn verkehrt rum ein! Verkehrt rum! Den kann man sogar verkehrt rum nehmen! Meine Damen und Herren! Beidseitige Verwendung! Ist arretiert! Und jetzt kann man schieben! Richtig! Schieb reinschieben! Oh! Ja! Nur noch 50 Stück! Nur noch 50 Stück! Nur noch 50 Stück! Ich sage gerade nur noch 50 Stück! Bestellen Sie jetzt 50 Stück noch mehr auf dem Lager! Flexibel einsetzbar! Ja meine Damen und Herren! Es ist wie es ist! Cutty Blitz Compact 30 Meter Plus! Und von Thomas hervorragend präsentierten Easy Grip! Easy Grip beidseitig verwendbar! Lieber Thomas! Vielen Dank! Die Zuschauer kochen bereits! Es passt alles! Wir freuen uns! Beim nächsten Mal! Dich wieder zu begrüßen Sie für unsere Sendung! Lieber Thomas! Ich will nur noch sagen! Der Gerry bringt diesmal nicht nur sich selbst! Auch den Thomas aus Tirol! Vielen Dank Gerry! Vielen Dank Thomas! Die Vorführung war wieder ein Wahnsinn! Hier meine Damen und Herren! Easy Grip! Und die Karte Blitz! 30 Meter Plus! Bestellen Sie jetzt! Ciao! Ciao!